So mein lieber Mr. Teen-Schnecker, jetzt beginnt der letzte Abend mit Freiheit. Wo willst du denn hin? Weißt du, wo wir hier sind? Ja, wir wissen, wo wir hier sind. Hast du Onkel Goran gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Und sie? Ist sie ne neue? Sie heißt Ciszyn, sie kommt aus Polen. Cześć, Cześćina. Lobisch Berlin. Hey Katharina, komm her! Fuck, wir müssen los. Du hast uns nicht gesehen, ja? Du hast uns nicht gesehen, ja? Du hast uns nicht gesehen. Du hast uns nicht gesehen.